Trittklässler der Volksschulen Traskirchen und Möllersdorf waren zu Besuch im Rathaus und erfuhren von Andreas Babler persönlich, was ein Bürgermeister so alles zu tun hat. Herr Bürgermeister, Sie haben Unterstützung? Ja, ich richte mir immer die unangenehmsten Sachen her, wenn die Kinder kommen und die dürfen dann statt mir unterschreiben und wenn man heute ziemlich viel Arbeit hat. Mein Name? Da oben, ja. Und was darf die Kleine hier unterschreiben? Ich bin ein... Ja, wir sind jetzt in der Post. Was unterschreibst du da? Was war das? Das war das? Genau. Eine Tagung zu Kläranlagen. Glaubst du, ist das interessant? Ja. Na, mir ist es lieber, du gehst hin statt mir. Kannst du machen, gell? Also ich geh mir Ihre Termine auch gleich ab? Ja. Natürlich, wenn man was unterschreibt, kann man gleich teilnehmen. Wo ist das? Ähm, das ist im 11. Bezirk in Wien ist diese Tagung. Aber ich werde auch, wenn wir anderen hinschicken, gell? Mhm. Gut. Hat der Bürgermeister einen Chauffeur? Wie kommst du denn sonst nach Wien? Ja. Mit dem Zug vielleicht? Ja, das ist eine gute Idee. Gell? Justin, du weißt gerade beim Herrn Bürgermeister, was hast du denn da gemacht? Ähm, ich habe unterschrieben. Weißt du, was du da unterschrieben hast? Nicht ganz genau. Und war das aufregend? Ja, schon. Bist du zum ersten Mal beim Herrn Bürgermeister? Ja. Also zum ersten Mal bei ihm im Büro. Und wär das was für dich? Magst du auch mal Bürgermeister werden? Ja, schon. Was macht so ein Bürgermeister eigentlich? Ähm, die ganzen Sachen entscheiden, soweit ich halt schon mitbekommen habe. Magst du auch mal Bürgermeisterin werden? Wäre das ein Beruf für dich? Warum nicht? Weil, ähm, ich mag halt nicht Bürgermeisterin werden, weil ich mehr Tierärztin werden mag, weil ich ein tierfreundlicher Mensch bin. Und wenn ihr Bürgermeister wärt, was gefällt euch in der Stadt besonders gut oder was würdet ihr machen? Sportplatz machen und mehr Geschäfte um zu machen. Ja. Seid ihr alle so sportlich? Ja. Also ich würde gern mehr Restaurants machen. Vielleicht ein Kindercafé? Ja. Und auch noch mehr, zum Beispiel mehr Kindergarten und mehr Schule und der Garten sind größer. Mehr Schulen? Gehst du gern in die Schule? Ja. Oder vielleicht noch ein Schwimmbad. In die Schule vielleicht ein Schwimmbad. Mehr Unis. Was? Mehr Unis. Okay. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Vielleicht ein Schwimmbad in die Schule. Eine Raumstation. Das ist ganz gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017